Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 11. April mit Kai Fedrau. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Es gibt weitere Infos zum geplanten Glasfaserausbau bei uns in Essen. Da kommt in den nächsten Wochen deutlich mehr Tempo rein. Sowohl Ruhrfiber als auch die Deutsche GigaAccess wollen mit dem Ausbau zeitnah starten. Beide Unternehmen warten gerade aber noch auf Baugenehmigungen von der Stadt Essen. Die Deutsche GigaAccess wird die ersten Kabel ins Stadtwald verlegen. Ruhrfiber startet ebenfalls in Stadtwald, außerdem in Burg, Altendorf, Biefang und Schonnebeck. Insgesamt plant Ruhrfiber den Ausbau in 13 Stadtteilen in den nächsten Monaten. Die Telekom mischt beim Glasfaserausbau aber auch noch mit. Sie hat schon Glasfaser für 13.000 Haushalte in Altenessen und im Südviertel verlegt und baut ebenfalls das Netz in diesem Jahr weiter aus. Der Hochzeitssaal im Ostviertel könnte demnächst wieder öffnen. Zumindest ist das der aktuelle Plan des Betreibers, sagt die Stadt Essen. Der Betreiber muss jetzt aber noch erstmal eine Baugenehmigung beantragen. Er hat bei der Stadt im letzten Jahr das Gewerbe für das Restaurant und den Festsaal angemeldet. An den Bauantrag hat er aber nicht gedacht. Das Gebäude ist früher anders genutzt worden, deshalb ist jetzt auch ein Bauantrag nötig. Dabei wird auch geprüft, wie viel Lärm dort an der Herkulesstraße durch den Saal entsteht. Die Anwohner hatten sich schon mehrfach beschwert und auch die Polizei hatte an dem Hochzeitssaal immer wieder Einsätze. Der Tourismus im Ruhrgebiet läuft nach den Corona-Jahren wieder besser. Diesen Trend zeigt zumindest eine Zwischenbilanz beim Verkauf der Ruhrtop-Card. Bisher wurden für dieses Jahr schon 150.000 Karten verkauft, mehr als 13.000 davon bei uns in der Stadt. Damit ist das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, sagt die Ruhrtourismus. Mit der Ruhrtop-Card kommt ihr im gesamten Ruhrgebiet in Schwimmbäder, Museen und anderen Freizeiteinrichtungen kostenlos oder zumindest günstiger rein. Die Karte kostet für Erwachsene 66 Euro und für Kinder 42 Euro. Mit dem Herz-Kreislauf auf Zollverein wollen die Initiatoren aus dem Elisabeth-Krankenhaus bald wieder Spenden sammeln. Damit sollen Projekte in der Stadt unterstützt werden, die Kinder in Bewegung bringen. Das wird immer wichtiger, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden, erklärt Kardiologe Oliver Bruder aus dem Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop. Wenn die Kinder in diesem jungen Alter auch nicht die Kompetenz zu Bewegung und Sport lernen, wissen, wie man damit umgeht und wie man das eigentlich macht, dann werden die es im weiteren Lebensalter auch nicht mehr lernen und dann werden das junge Erwachsene, die sich dann noch weniger bewegen und noch früher herzkrank werden. Mit dem Geld sind bisher zum Beispiel schon Bolzplätze in der Stadt saniert worden. Außerdem ist ein Gerätepark in Werden aufgebaut und die Bewegungsbude in Holsterhausen unterstützt worden. Die Polizei war über die Ostertage wieder mehrfach im Einsatz. In Steele gab es zum Beispiel einen seltsamen Fall von Sachbeschädigung, da ist ein Auto komplett mit Bauschaum abgedichtet worden. Türen, Kofferraum und sogar die Motorhaube wurden eingeschmiert. Der Schaum wurde steinhart und das Auto ließ sich nicht mehr öffnen. In Altenessen gab es auch eine brutale Auseinandersetzung mit Rettungskräften der Feuerwehr. In einer Wohnung an der Wilhelm-Nieswand-Allee soll ein 45-Jähriger die Einsatzkräfte gefilmt und beleidigt haben. Sie kam deshalb nicht mehr dazu, einen anderen Mann in dieser Wohnung vernünftig zu behandeln. Der Tatverdächtige hat sogar zwei Einsatzkräfte angegriffen und sie leicht verletzt. Deshalb kam die Polizei Essen zur Unterstützung. Sie hat den Mann aus Gelsenkirchen dann festgenommen. Und das war überregional wichtig. Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland werden am Samstag abgestellt. Die deutsche Industrie und die Union kritisieren diesen Schritt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will an den Plänen aber nichts mehr ändern. Unterstützung kriegt er jetzt vom Umweltbundesamt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht ist es ein bisschen verregnet und der Regen kann aber im Verlauf der Nacht auch noch ein bisschen stärker werden. Morgen bleibt es dann bewölkt und da gibt es wieder einige Regenschauer. Es gibt hin und wieder auch mal trockenere Phasen, aber im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich verregnet bei Temperaturen um die 13 Grad. Und das war es mit den aktuellsten Nachrichten aus Essen für heute. Morgen gibt es aber für euch wieder die nächsten aktuellsten Nachrichten hier in der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend.